96 ist zurück, immer weiter Stück für Stück, immer wieder zurück. Hallo, ich bin die Julia und das ist mein Bruder Elias, der größte Hannover-Fan aller Zeiten. Wir kommen ganz aus dem Süden von Deutschland, also vom Bodensee. Und jetzt möchten wir Elias den Heiligtum sein Zimmer vorstellen. Also hier schon mal ein kleiner Ausschnitt von seiner großen Wand, hier sind eher so die kleinen Sachen. Hier auch die zu kleinen Sachen, so Trikots und alte Schlafanzüge. Hier die Mannschaftsvorstaff. Dann das Bett, hier liegt auch sehr viel drauf. Auch im Buch sogar, das Neue. Hier sind die vielen Trikots. Hier hat er sehr viel Geld dafür ausgegeben, auch hier die große Fahne, auf die er sehr lange sparen musste. Der Teppich. Und hier auch wirklich außergewöhnliche Sachen, wie ein Toaster und ein Fahrradhelm. Hier das große Badetuch. Dann hier sieht man ja auch nochmal Wimpel und Uren. Ja, hier nochmal das Bett. Hier hat er sich wirklich selbst alles zusammengestellt und aufgehängt. Das hat sich über Jahre eben zusammengesammelt. Hier noch sogar der Schuhabstreifer. Ja, hier unten. Endingsjacke und Handtuch und Kuchenbackbord. Hier wirklich nochmal alles. Elia, was wäre denn dein größter Traum? Mein größter Traum wäre, dass ich einen Hannover Fußballspieler kennenlerne. Okay, danke. Tschüss. Meine Oma kennt die Routen, wer kennt sie nicht? Mit meinem Kumpel stehe ich im Block H31. Zu den Spielen gehe ich immer, auch wenn ich eigentlich nicht kann.